Hohe Baumkronen Ach du Scheiße Können wir denn hier das Spiel beenden? Ja Jo, jo Was hat euch hierher geführt? Was? Ihr wollt zum Leuchtfeuer gehen? Ich kann euch helfen, aber zuerst Was auch immer Ich bin Woody mit einem irgendwas Ich bin hier für das Holzfällen zuständig Ihr fragt euch Sag mal, wollen die mich verarschen? Wieso mal das denn bitte schön lesen? Ich zeige euch, wie man Holz sägt Los, mir nach Mit dem Lesen Ja, komm hierher Weißt du? Der blockiert mir ja total meinen Weg Ach so, was man übrigens nicht weiß Ich habe meine Optik ein wenig geändert Ich bin jetzt die mit den zwei coolen Haarfarben hier Das stimmt, die sind echt cool Das habe ich aber auch nur zufällig gesehen Dass man das machen kann Geh mal weg da Das ist die Säge Du musst die dann Oh, du musst sägen Ja Okay, und dann? Dann verliert dann Ach so, du musst die da rüber bringen Oder muss ich das auch mal Nee, du musst, glaube ich, da rüber, oder? Äh Ich glaube, das war falsch Hallo, wo geht mich hin? Ich dachte, du musst jetzt dahin, wo da eine Typ war Aber das scheint irgendwie nicht richtig gewesen zu sein Ich komme hier nicht mehr hoch Ich kann nur sterben, glaube ich Oder? Ich kann dafür sorgen, dass du stirbst Warte mal, ich säge dir mal ein Stückchen ab Ja Aber ich falle auch nicht runter Nee, die schiebe ich einfach hier runter Ja, da kannst du runterfallen, höchstens Ja, ich könnte Ich denke mal, wir kommen nicht weiter Wir müssen nach links Warum kann ich da nicht hoch? Okay, jetzt Ja Ein erster sinnloser Tod Oh, jetzt geht's hoch Jetzt geht's runter Nimmst du die untere Möhre? Ich nehme die Möhre, ja Der Tag der Möhre Sorry, wir sind Insider Warte mal, hier ist irgendwas drin Oh, scheiße Entschuldige Also, du musst das wohl drüber sagen Sie bringt mich aus dem Möhre Ich wollte eigentlich nur so einen Klaps auf den Kopf geben So nach dem Motto Nicht mit mir Aber ich glaube, du musst dir so ein Ding schnappen, oder? Die da reinwerfen, kann das sein? Ja, greife den Holzblock, steht da Na, schaffst du das? Schaffst du das? Natürlich Guck mal, wie ich gucke Guck mal, hast du gesehen, wie ich geblinzelt habe, wie ich da liege? Du liegst nicht, du hängst da Ja, ich hänge ab Hallo, warum komme ich hier nicht weiter? Ist da noch was hier? Nee, ne? Warte mal, hier hinten vielleicht Ähm, warum kann ich... Ach, weil da hier ein Stein liegt Ist hier noch im Rosten, ne? Ja, das ist manchmal so bescheuert gemacht Nee, nee Lass uns fliegen Warum musste ich jetzt gerade am Minecraft denken? Keine Ahnung, wollen wir das gerade spielen vielleicht? Wow, guck mal, wie ich gesprungen bin Ui Uh, ein bisschen zu weit Warte mal, da oben muss ich wieder was sehen Da unten musst du die Dinger holen Warte doch, geh doch nicht so weit Ich geh doch gar nicht weit Achso, dann seh ich du mal Dann muss erst mal da sein, sonst bringt das Segen auch nichts Nein, ach Was machst du denn? Du musst aber versuchen mit dem Ding auf das Recht rüber zu gehen, ne? Ach, ich weiß Naja, ich weiß es noch nicht Doch, ich weiß es aber Ja, aber ich kann nicht gehen mit dem Ding Wenn ich gehe, verliere ich es Wie will ich euch gehen mit dem Ding? Ich muss es werfen irgendwie Werfen kann man das nicht Nein, du musst rüberkommen Bitte, komm mal rüber Du musst rüberkommen Ich gebe dir das an Deshalb sind da zwei Plattformen Ja, aber das wäre mit dem Rübergehen einfacher Ja, ich kann nicht gehen Wenn ich sobald ich den zweiten Fuß runtersetze, ist das Ding weg Du musst es jetzt in dir gegen nehmen Du stellst dich da drauf und nimmst es von mir Hast du? Ich weiß aber nicht Weiß ich nicht Ja Ja, erscheint ja Genau Siehst du Guck mal, jetzt hängst du da so komisch Vor allem komme ich gerade nicht mehr hoch, ey Das macht das Alter Mal jetzt Ja, ja Das hast du mir schon gedacht Ja, aber das müsste dann eigentlich nur bei dir so sein Boah, ist das so krass Mann, jetzt beweg dich doch mal Das müsste nur bei mir sein Geh von meinem Punkt runter Greift das jetzt? Sie trifft es nicht Das liegt daran, weil du diese komischen Haare hast Nein Ui Aua Willst du mich veräppeln hier? Weißt du was? Warte mal Hey, schaut euch das an Der Holzblock ist da oben Ihr wollt mich verarschen, oder? Versucht mit Ballons dorthin zu gelangen Kann das nicht Ich bin ein Nerd Ich kann nicht mit dem Ballon hoch Ich warte hier Äh Ich bin nicht Ich warte immer noch hier Ich kam da irgendwie nicht drauf Genau Ja, du musst warten, bis du so in der Nähe bist Von dem Brett Also auf dem Brett kannst du laufen Also, okay Jetzt Achso, der macht das automatisch Ich darf dann gar nichts machen Okay Wir holen den Klotz und wirfen mir runter Irgendwie Lass mal fallen Äh, du musst mit dem Fuß runtergehen Einfach runter Auf das Brett Kann ich ja nicht Ich kann mich nur bewegen Ja, dann komm mal zu mir Geh mal zu mir Oh, ah Ich hätte einfach nur einen Stick loslassen müssen So So einfach geht das Ja Hui Oh, komm ich jetzt da nicht runter? Ey, lass mich los Hat dich der Ballon gefangen? Oh nein Der Schlauch vom Ballon auf jeden Fall Hilfe, ich kann nicht mehr Aber ich wollte gerade sagen Ich kann nicht mehr Äh, sind die da hinten Exklusiv, diese Fässer? Nee Äh, warte mal Ach, damit kann man die Richtung ändern Du musst Äh, äh Warte mal Oh, weißt du was wir machen? Du musst da oben eins abschneiden Ja, und da muss ich aber schnell rüber gehen danach Bis das Ding Ja, ich könnte das theoretisch so ein bisschen behalten Sagt doch, dass ich das mal bewegen muss Hallo, was ist los? Warum geht der nicht? Hallo, geh da runter Ne, zu spät Das klappe ich nicht mehr Ist drauf? Ja Wie sollst du das nicht schaffen? Ja, ich hab nicht dran gedacht Dass du es ja hin und her machen kannst Ja Das hab ich ja gerade noch gesagt Ja, ich weiß Da war ich aber schon am sägen Und da musste ich mich konzentrieren, dass ich mir die Finger nicht abschneiden Ja, also das typisch männliche Verhalten Dass man dann auch nicht mehr zuhören kann oder so Ja, ist ja noch was Man muss sich auf eine Sache konzentrieren Äh, du musst nach rechts außen Pass auf Ich guck erstmal, ob hier noch was ist Hier ist die ist Da sind noch Münzen Links Nein Nein Nicht den typischen Epi, äh Nee, sie sind bestimmt noch mehr Ich seh sie nur nicht Da, siehste, da sind noch ganz viele Nein, nein Ich will wieder hoch Da ist noch eine Kann sich nur noch um Stundenhandeln Ich seh, ich hab's Kommen sie jetzt endlich mal Wie gesagt, nach rechts machen Nein Nein Wieso ging das nicht? Au Au Oder musste ich das dann loslassen? Ich dachte, der zieht das dann automatisch da rein Ähm, ja Also losgelassen hab ich jetzt auf jeden Fall schon mal Ja, ich auch Aber der ist daneben gefallen bei mir Nein Ich konnte es auch nicht richtig schwingen irgendwie Ich glaub, hier verkacken wir jetzt andauernd Ja, wahrscheinlich ist da irgendwas dran Was logisch ist Hallo Nein Ich hab's nicht genommen Mach, ey Ich hab's weggeworfen Ja, wir haben jetzt aber nichts hier zu üben Ist ja gar nichts Scheiße Ich bin grad so blöd da drauf zu gehen, ey Bei mir ist er reingegangen Nee, bei mir Was hast du gemacht? Äh, ich hab nur losgelassen Den Stick hab ich losgelassen Ja, das hab ich ja auch probiert Aber das funktioniert nicht Ja, aber du musst genau im richtigen Moment das machen Toll, es funktioniert trotzdem nicht Ach komm, ey Los Nee, das, der war, glaub ich, oder? Aber bei mir, ich hab ja keinen gehabt Du warst irgendwie auf meiner Spur danach Hattest du das Gefühl? Nein, ich hab den nicht gekriegt, weil ich... Ja, das geht auch nicht Ich glaub, es sind beide reingegangen, oder? Nee, nee Hä? Beide nicht Ich hab bei meiner ist reingegangen Also ich hab jetzt aber gemerkt, wie man so ein bisschen Schwung holen kann zumindest Frage ist jetzt nur von welcher Seite aus Ja, drum, ey Ich hab ihn hinter mich geworfen Vielleicht sollten wir irgendwie in die andere Richtung meinen Zu dir und deinen zu mir, oder so Ich würde ja sagen, lass uns mal die Seite wechseln Aber selbst das dürfen wir ja nicht Also wir machen irgendwas falsch da Wir müssen was drücken, oder? Keine Ahnung, irgendwas müssen wir noch machen da Also wenn wir jetzt noch eine halbe Stunde hier dran rum machen, dann wundert euch nicht, dass ich gleich mal cutte Du hast es geschafft Nee, hab ich nicht Ja, warum hast du die Musik gehabt da dran? Doch, du hast so... Welche Musik? Der ist nicht reingegangen Ja, muss er aber Ist er aber nicht Ach, wir sind doof Wir müssen die wechseln Wir müssen uns drehen und wechseln Guck doch mal, die ist rund und eckig Ich hab die... Ich hab meinen Eck hier Aber bei mir ist es rund Du musst mir deinen geben Wie soll ich dir denn meinen geben? Ja, genau, ich zeig's dir Oder müssen wir das zweimal machen dann? Nein, nein Wenn wir zusammenkommen, Schatz Dann müssen wir, ähm, pass auf Wenn wir zusammenkommen, da wo die Schienen zusammengehen Dann musst du mir deinen geben Ja, aber das kann ich ja nicht Ich kann ja dann nicht gleichzeitig meinen geben und deinen festhalten Das muss irgendwie gehen, doch Das geht aber nicht Deswegen frage ich ja, sollen wir das mal versuchen Ob wir das mit zwei Einzeldurchlaufen machen Da müsste ja theoretisch das eine und dann das andere Tor aufgehen Ja, pass auf, dann nimm du mal deinen nicht oder so Dann nimm du deinen nicht Hier Warte, 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 du bist so schnell Ach du bist so schnell Ja, wie soll denn das gehen dann? Ja, wir müssen es gleichzeitig machen Und nicht Ja, du sind gleichzeitig drauf gegangen Nee, warum? Du warst viel schneller als ich Warte mal Kannst du? Ich warte hier Hier, wie du siehst Jetzt Und fährt wieder schneller Nimm ihn Ja, du lässt dich los. Toll. Ach, scheiße, ja, ich hätte den, aber okay. Ja, ich hab den Stick nicht losgelassen. Ich bin jetzt ziehen oder zerren. Warte. Ja. Ja, aber das hat geklappt, aber... Okay, aber der macht das nicht. Wir müssen das wirklich zwei, aber wie sollen wir das denn machen? Nee, es ist nur noch einer. Nee, der andere ist wiedergekommen. Was sittest du denn so? Ja, aber... Ich hab Angst. Ich hab Angst vor dir. Ach, leck mich, du. Wie soll das funktionieren? Ja, das ging... Ich hab losgelassen, aber du warst schon weg. Warum bist du auch schneller immer? Das verstehe ich nicht. Ja, wir gehen ja... Wir starten ja gleichzeitig. Das ist wahrscheinlich absichtlich, dass du schneller bist. Wahrscheinlich damit wir überhaupt das hinkriegen. Das heißt, ich muss dir den aber nach vorne zeigen, irgendwie. Oder muss ich... Muss ich die Hand wechseln, irgendwie? Das geht ja auch nicht. Ja, dann zeig den mal nach vorne. Jetzt. Nee. Jetzt haben wir beide wieder nichts machen. Hä? Wie soll das funktionieren? Ich mein, mit dem einen übergeben, ja, aber... Komm, wir probieren das jetzt nochmal, ey. Ich hab's nicht verstanden, aber ist egal. Und da, ja. Ja, wir verstehen uns ja beide nicht. Das ist ja gerade... So, pass auf, wenn... Warte mal. Ah! Ach nee, ach so. Ich weiß, was du machen musst. Okay, ich hab's... Hast du es jetzt auch gesehen, ja? Ja, ich hab's gesehen, ja. Aber ich kann's grad gerne beschreiben. Wir müssen die umdrehen, so. Das wollte ich eigentlich gesagt haben. Einfach nur halten. Oh, wir sind so doof, echt. Nein, aber trotzdem dagegen. Die sind doch beide eingezogen worden. Nee, meiner glaube ich nicht irgendwie, glaube ich irgendwie, oder? Doch, dann hast du auch eingezogen worden. Meine ist zum Militär eingezogen worden. Nein, das war zu früh. Nee, der ist wirklich nicht. Wieso ist der nicht eingezogen worden? Weil er zu früh war. Ich hätte den später machen müssen. Ja, was später machen? Du hältst den ja nur fest. Wieder loslassen. Ja, aber loslassen. Du darfst den gar nicht loslassen. Ach so, okay. Okay. So gut, das hab ich jetzt nicht so gemacht. Weißt du? Na, toll. Na, okay. Zwei Prozent? Wollt ihr mich verarschen? Das war jetzt so toll, was wir hier gemacht haben. Ja, aber... Nicht wirklich. So, warte mal. Was kannst du verstellen? Die Richtung. Nee, die hab ich grad verstellen. Warte mal. Drück nochmal. Doch, die eine Richtung. Ach so, du machst die oberen. Und ich mach die... Ah, okay. Und wir machen... Andersrum, andersrum, andersrum. Nee, nicht. Ach so, das bin ich auch. Okay. Doch, 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 doch. Du musst gleich. Warte. Ja. Jetzt. Nein, was mach ich denn? Mann, mach das richtig. Was denn nun? Nein, wer hält dich fest? Jetzt musst du wieder. Nein, lass es so. Ja, du musst. Ich mach gar nichts. Ich wollte grad sagen, müssen wir jetzt aber nur einmal, oder? Weil der hinten auf einmal so viele Dinger rausgebrettert hat. Nein, du sollst weitergehen. Ich will gerade sagen, müssen wir jetzt aber nur einmal, oder? Weil der hinten auf einmal so viele Dinger rausgebrettert hat. Nein, du sollst weitergehen. Ich glaube, ich kann fliehen. Und jump. Jump and go. Und jump and go. Hallo. Greifen. Frau Pinky-Türkisi. Können Sie mal bitte... Ich muss gerade rückwärts gehen. Moment, ich übe noch meinen Moonwalk hier. Vor allem, du siehst überhaupt nicht, wo du bist, ne? Oh, da bist du eine Bier-Ringung. Also, du hast auch wieder so ein Ding? Ach, das musst du mir geben. Ah, ah. Ach, bin ich gut, oder bin ich gut? Ja. Oh, scheiße. Oh. Mann, da willst du mich einmal kratzen hier. Ja, du musst es schon nehmen. Ach, scheiße. Ach, ach ja. Du hast dich los. Du gibst doch den Stick nur los, weil sie nicht kratzen. Ah, okay. Ja, du hast eben die ganze Zeit den Stick nicht losgelassen. Ich habe gedacht, das muss ich dann auch so machen. Wie? Hä? In der ersten Runde. Ja. Ich habe Zuckung gerade. Kannst du es mir jetzt bitte geben? Nein! Ja, nicht, wenn du es nicht annimmst. Ach, Mann. Ich habe es angenommen. Das ist jetzt... Ich klatsche dafür. Ja, ja. Ach, nee. Ihr nehmt... Was war das denn jetzt gerade? Ey, ich klatsche dir eine, du. Es ist mir leider aus den Händen entglitten. Ich habe, glaube ich... Ach, komm, sag doch ganz einfach, wie es ist. Du wolltest es unbedingt loswerden. Aber nicht zu mir. Ja. Hier, nimm das scheiß Ding. Lass los. Habe ich doch. Geht doch. 62 nur? Wollt ihr mich verarscht? Aber dann habe ich noch. Boah, das hat mich voller Tatsachen hier. Ja. Hui. Errungenschaftsdink. Oh, Baumkorn. Ja. Ei, 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 ei. Hat sich der Cut jetzt wahrscheinlich gar nicht gelohnt? Ne. Ich meine, auf die Zeit guckt ja keiner, ne? Ne, ich meine, wir waren vorher ja auch so schlecht immer. Von daher. Na ja.